So Leute, willkommen zurück zu Hand of Fate. Beim letzten Mal haben wir wieder beim Schädelkönig versagt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir den weißen Minotaurus besiegt. Hier ist er. Im Kampfbeweisen haben wir neu... Das hätte ich eigentlich schon ganz gerne. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die ganzen Golem-Angriffstrupps. Was schmeißen wir denn da gerade mal raus? Hilf den Einheimischen. Ich möchte es eigentlich nicht rausschmeißen, weil... Will ich nicht. Dann mache ich die Lieben dann raus, komm. So, Spiel starten. Gib mir alles, was du hast. Ich zeige dir schon noch, wo hier der Hammer hängt. Aber ihr merkt schon, es ist schwer geworden. Oh, die Maske des Magiers. Durch Essen regeneriert Gesundheit... Regenerierte Gesundheit erhöht sich, je tiefer deine Gesundheit sinkt. Deine finalen Herausforderung erwartet dich. Das nehmen wir. Oh, jetzt habe ich hier natürlich alles übersprungen. Der Kraken entfesselt. Nee, dafür sind wir noch zu schwach. Wir gehen mal zum Priester und holen uns hier mal ein bisschen Nahrung. Also ich meine, wir hätten jetzt auch uns dem Kraken stellen können, aber mit Startwaffen kommen wir gegen die... Gegen die... Ach, wie heißen die Viecher denn? Gegen die Schuppen nicht an. Everybody has their price. Machen wir es fair. Du gibst mir die Ration und ich gebe dir etwas aus meinem Hinterzimmer. Ich will es eigentlich nicht, aber ich will auch das, äh... Das mal... Komm, wir nehmen eine zufällige Rüstung. Ich hoffe, du findest Gefallen daran. Ich tausche meinen liebsten Elfenumhang dafür ein. Tiefe der Nacht. Einmal pro Begegnung hat der Spieler die Wahl... Ja, das nehmen wir. Hat ja auch Schutzmittel. Hier, die geht aufs Haus. Der Händler übergibt dir eine ungewöhnliche Rüstung und sagt, die habe ich gegen ein Bärenfell getauscht. Aber ich glaube, sie ist nicht viel wert. Du nimmst die Rüstung entgegen, um sie später identifizieren zu lassen. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Ja, das dürfte dann die Rüstung sein, das Zeichen. Das ist natürlich doof, dass wir da jetzt unser ganzes, ähm... Unser ganzes Essen gelassen haben, aber ich möchte halt alle Zeichen gerne haben. So, wir verkaufen jetzt aber mal, weil wir haben ja jetzt hier Tiefe der Nacht. Das heißt, unsere normale mittlere Rüstung brauchen wir gar nicht. Da können wir dann hier zumindest nochmal eine Ration nachkaufen. Ich bin sicher, dass du dafür dankbar bist. Im Kampf beweisen. Du kehrst zur Krakensekte zurück. Vielleicht kannst du dich durch einen Kampf beweisen. Dann hilft dir die Krakensekte vielleicht auch auf die ein oder andere Weise. Ich stelle mich dem Kerl. Du wirst tief ins Innere der Erde geführt. Umgeben von skandierenden Echsenmännern betrittst du die Arena. Stimmt, ich hätte das ablehnen können, ne? Aber ich fürchte, da komme ich nicht drum rum. Und am Ende wären es nur noch mehr Schuppen geworden. Wow. Aber es sind ja nur vier. Ich sag mal, mit vier kann ich leben. Oh, ich muss eine 30-Treffer-Kombo hinlegen. Ja, und das ist bei Echsenmännern immer so eine Sache. Ja. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das nur so gemacht. Nur mit diesem Schildschlag hier. Okay. Wir mussten nur diese 30-Treffer-Kombo machen. Ich habe jetzt keinen umgebracht. Hat uns nur Leben gekostet. Aber wir haben es. Du ehrst uns und den Kraken durch deine Stärke. Der Älteste der Echsen erwartet dich. Ich bringe ihr deine seltensten Materialien da. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Okay, wir haben kaum noch Rationen. Wir werden nicht mehr weit kommen. Aber wir haben immerhin zwei Zeichen gekriegt. Ich meine, das ist ein Anfang. Ja, ich weiß, dass das Risiko, dass der Starvation da ist. Gegenstand verkaufen. Haben wir nicht noch unseren Helm? Ich meine, der ist immerhin ein bisschen was wert. Ich kann die Vulturen zirkeln. Ja, der Gehengte. Du Mio. Was haben wir für einen Segen? Arcanus Wissen. Wann immer der Spieler ein Artefakt... Oh, Super, die bringen uns überhaupt nichts. Ich meine, Artefakt... ...Gehässigkeit des Gebers. Wann immer der Spieler eine enorme Erfolgskarte auswählt, muss er ebenfalls eine Verlustkarte ziehen. Ja, ich muss jetzt den Feuertiegel machen. Ähm, ja, ich ziehe die drei Staub. Ich vergesse immer, dass ich das mit dem B-Knopf einfach neu mischen kann. Okay, den ersten Hammer. Zweiten Hammer auch. Der dritten Hammer auch. Und sechs Maximalgesundheit zurückgekriegt. Oh, drei Magier oder die Schädeldame. Ich nehme die drei Magier. Komm. Ich finde die Magier gar nicht mal so schlimm. Ich habe mich schon des Öfteren bei ihnen sehr, sehr doof angestellt. Oh, der eine ist einfach gestorben, dadurch, dass ich seinen Schuss zurückgelenkt habe. Das ist auch schön. 32 Maximalgesundheit, sowas sehe ich wieder gerne. Nochmal drei Magier. Ja, komm, die wollen wir auch noch. Äh, die ziehen wir neu. Ha, ha, ha. Ja, super. Da hätte ich doch lieber die Schuppen genommen. Oh. Ich glaube echt, das überleben wir jetzt nicht. Also ich meine, wir haben eine Chance, das zu überleben. Aber auch nur dadurch, weil hier ja die Stacheln hochgehen. Nee, das schaffen wir nicht. Nee, da sind wir tot. Das war doof. Oh, das gegen Ende war das echt hart. So, Ring der Täuschenden, nee, der Tauschenden, ah. Zehn Rationen und Wildnisrüstung. Und die Echsenälteste. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Story-Modus. Ja. Hat die Herausforderung zu viel, um dich zu bemerken? Ja, sehr. Es ist... Heimund. Es ist wirklich sehr, sehr heftig geworden. Die müssen noch eigentlich ganz links stehen, oder? Die Neuen. Aber hier ist der weiße Minotaurus. Achso, hier die Echsenälteste ist gar nicht... Er hat überhaupt gar kein Symbol mehr. Ich möchte es mir nochmal angucken. Was bringt das Ding mit? Befleckte Seele, Minus 10, Maximalgesundheit und das Ausführen eines ungeschützten Abschlussangeriffes fügt dem Spieler 5 Schaden zu. Also theoretisch müssten wir das mit der Maximalgesundheit diesen Fluch entfernen. Wenn uns das gelingen würde, hätten wir hier ärzthafte Chance. Ansonsten hätten wir hier ein Problem. Okay, wir kriegen ein gutes Schild direkt zu Anfang. Du hast Fragen und ich werde Antworten geben. Nach allem. Das ist, warum du hier bist. Ist es nicht? Grünbrunnenwald. Ja, das kennen wir ja. Wir machen uns auf die Suche. Beim letzten Mal habe ich es leider nicht geschafft. Schöne aus diesen Optionen. Gut. Und diesmal auch wieder nicht. Auch ja, der Gehengte direkt wieder. Heilige, heilende Berührung und tote, die den Spieler ne, heilige Berührung und tote, die den Spieler physisch angreifen erleiden eventuell selbst Schaden und als Gegenzug davon bei jedem Ja, verlieren wir Ringe. Super. Almosen. Sollen wir es probieren? Priester. Komm, wir geben ihm die Hälfte unserer Ration und hoffen, dass wir es hinkriegen. Okay, ganz rechts habe ich es gesehen. Ah, ruft der Priester und zieht einen angelaufenen Ring hervor. Ja, ja. Eine Segen-Gewinnkarte und das Zeichen gehört uns. Zieh einen Segen. Ja. Rache. Okay. Viele dieser Schäden sind zu gut für die Gäste von dir. Was heißt denn für die Gäste von dir? Sei doch mal nicht so Gäber. Ein Gehreise über den Ozean oder möglicher ein Gehreise nach dem Rücken. Auch gerade noch so ein Gehengter, ja. Mehr giftiges Blut jetzt noch und stumpfe Aura. Spieler richten mit Waffen weniger Schaden an. Na, danke. Und dazu nur minus 10 Gesundheit, ne. Wir gehen am Laden vorbei, der bringt uns eh nichts. Ich will einen Priester. Die Echsenälteste, oh. Die Älteste der Echsen wartet, was du ihr da zu bieten hast. Sie scheinen gleichgültig, fast wie eine Statue. Ihre Schatzkammer quillt über vor Gold und Glanz, denen sie keine Beachtung schenkt. Du scheinst nichts zu besitzen, das von Interesse ist. Okay. Da muss ich wahrscheinlich das Erz wegnehmen. Ja, wir rufen nach dem Priester und kriegen hier Rationen. Fünf Rationen, das sehe ich doch gerne. Wir bräuchten einen Kampf, damit wir unsere Maximalgesundheit erhöhen können. Oder einen reisenden Priester. Nee, einen Laden will ich nicht. Ich will einen reisenden Priester, bitte. Angriff, Golem, Angriff. Ich meistere diese Herausforderung dreimal in einer Sitzung, um sie aus deinem Deck zu entfernen. Ja. Die Erde kommt zu Leben, animiert mit seinem Geist, zu den Gefahren des Menschen. Keine Ahnung, hier. Ich dachte schon, jetzt ziehe ich wahrscheinlich ausgerechnet den Fehlschlag. Stößt dich in den Kampf, ja. Ja, ich meine, es ist zumindest ein Anfang. Das sind jetzt, glaube ich, zwei Maximalgesundheit, aber... Prügel dich über die komplette Brücke, wenn es sein muss. Oh, es gibt einen Angriff, den ich unterbrechen kann. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich dachte nicht, dass es den gibt. Wow, 12 Schaden. Auf der Brücke habe ich echt schlechte Karten. Bist du nicht langsamer tot? Danke. Ja, die Golems, die haben halt schon ordentlich Feuer und wir machen dir aber jetzt auch weniger Schaden. Weil wir keine Handschuhe haben, haben wir unseren Ring verloren. Die losen Steinhaufen und das Feuer um dich herum sind ein guter Anfang, um diese Kreaturen eine Lektion zu erteilen. Einige einheimischen Dorfbewohner geben dir zum Dank Rationen. Ja, habe ich nichts von gesehen. Im Gegenteil, kriegen wir noch einen Fluch. Ja, falsch sind wir ganz hin. dass wir pro Fluch hier leiden müssen. Das ist heftig. Ja, ich bete zum Altar. Eine Segenskarte, robuste Verfassung. Doppelte Heilung, ja, super. Hättet ihr mir nicht ein paar Flüche entfernen können? Die Wirtshauswette hierherkommt. Diesmal holen wir sie uns. Oh Gott, ich habe wieder nichts gesehen, ne? Du gewinnst. Der alte Soldat leert zögernd seine Taschen. Ich scheine meine 20 Gold verlegt zu haben. Genügt dir stattdessen das hier? Der Geber zieht dir eine Gewinnkarte. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Ja, 15 Gold. Aber Fluch entfernen von einem Priester, das wäre halt schon super. Golemangriffstrupp, na gut. Müssen wir uns noch einem Golem stellen? Zwei Lava-Golems. Ja, die greifen wir auch an. Auch wenn es zwei sind. Oh Gott. Hier. Stürzt dich in den Kampf, So. Das Problem ist, dass man bei zwei verflucht schwer ausweichen kann. Theoretisch muss man es schaffen, dass einer von beiden drauf geht. Sonst hat man hier keine Chance. Mist, da hat uns die Falle erwischt. Ach, ne, 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 das ist nicht gut. Aber das mit dem Fluch, das ist halt auch doof. Tod, once more. Kannst du noch besser tun? Ach, halt die Schnauze. Ich gebe hier schließlich mein Bestes. Hermos 5, ja. Und Schlafender Ring. So Leute, das war's für heute. Ihr lasst mir einen Kommentar, da einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es ihr weitergeht mit Hand of Faith. Bis dann, euer Wolf.